Lieben Haider, unser geliebtes Regenbogenschaf wurde getötet. Drachenlord darf nicht siegen. Ich wiederhole. Drachenlord darf den Kampf gegen die Haiderschaft nicht gewinnen. Niemals knien und Demut zeigen. Lang lebe das Regenbogenschaf. Altschauerbeck so auch kommen kann. YouTube ist eins Haider, immer wieder hat Regenbogenschaf versucht, in den TeamSpeak-Kanal zu gelangen und Drachenlord zu trollen, immer wieder wurde er gebannt. Dabei kam der bekannte Bannheimer öfter zum Schwung, teilweise erwischte es sogar harmlose User. Bei vielen Themen, die nicht selten emotionale Diskussionen entfachten, reagierte Drache völlig rechthaberisch und ignorant, zum Beispiel die Haut ist kein Organ. Diese Situationen endeten entweder in Banns oder frustrierten Ragequiz des Lords. Später bildeten sich immer größere Trollringe, die sich auf eigenen Teamspeak-Servern versammelten. Eines Abends machte sich der Lord mit Stimmverzerrer in solch ein TS-Kanal. Er wurde sofort erkannt, doch die Harte haben das nicht sofort gesagt. Er durfte sich zum Narren machen Ich bin nett der Drache, verdammte Axt, und verließ erfolglos den Kanal. Am 18. März macht der Drachenlord dem amtierenden Lord Ebadon eine Kampfansage, welche ihm zum Lord von YouTube machte. Im April las er in seinem eigenen TS-Kanal einen selbst verfassten Brief an einen Herrn Marius mit der Aufforderung, dass die Erwähnung von Drachenlord auf seiner Seite lachschon.de unterlassen werden soll, ansonsten würde eine Anzeige drohen. Am Ende des gleichen Monats versammelten sich die vermeintlichen Fans des Drachen-Tees, die sich im Finale als Harte entpuppten und sangen gemeinsam das Lügenlord Lied. Dies bedeutete das Ende der ersten Harte-Generation des Tees. Drache verkündete, dass er als weitermachen würde. Die zweite Harte-Generation bildeten allerdings Amateure. Längst hatte Regenbogenschaft das Interesse verloren. Währenddessen besuchte der Norweger den Drehort der Serie und zeigte private Aufnahmen auf YouTube. Dies erlangte eine positive Resonanz der Harte und verdeutlichte dem Zuschauer, wie verkommen Haus und Hof des Drachen wirklich waren. Am 1. Mai veranstaltete Drachenlord ein Fahntreffen, bei dem auch Ariella dabei war. Auf seinem Flugkanal startete er sein neues Format Raute Lustlord 1510, in dem Fitter Fragen über das Thema Sex von ihm beantwortet wurden. Parallel zum Start des neuen Formats gab es die von den Hatern inszenierte sogenannte Pette-Affäre und erste Sex-Guard-Leaks wurden veröffentlicht. Kurz danach wurde das Format Drachenlords Harte heute gestartet, in dem Drache über missglückte Trollversuche seiner Harte spricht. Die Vlog-Reihe Drache läuft wurde eingestellt. Ende Mai besuchte Drache das Kirchweih und hat hier von Aufnahmen für seinen Vlog gedreht. Es wurde offensichtlich, dass Drache unter einer größeren Menschenmenge nervöser wurde. Ende Juni startete der Lord mit den ersten Streams auf YouNow, in denen er äußerst gut gelaunt war. Ab diesem Zeitpunkt traten erste Symptome seiner Manie zum Vorschein. Im Laufe weiterer Streams erwähnte er häufig den Nickname Engelchen, mit der er katerte und sich eine Liebesbeziehung erhoffte. Später begab sich der Lord auf das Rock im Herzfelser Festival, um seinen Fans näher zu kommen. Dieses Ereignis entsprach nicht seinen Vorstellungen, da er ein Pärchen knutschen sah, was ihn mitmachte. Als Folge leitete er seine Verlassung ein.